Wollen wir mal sehen, ob ich nicht irgendwo was... Wir wollen mal meine... ...weil machen wir noch... Let's get hit up... Oh, die Selti wird vielleicht ein bisschen... ...ehm... ...ehm... Oh man... Lass eure Feinde brennen! Boah, das ist ja echt klar gesprintet, was ein Sack! Wir sollten dieses Fort zerstören! Komm schon! Nein! Wir sollten dieses Fort zerstören! Ja, der böse Arthus heißt Arthas. Das ist der König von... äh, der... ...der... ...ich glaub... ...der Legende nach der... ...Arthus-Tiefzone von König Ufer! Das kommt aus der... ...Arthus-Saga! Von... ...von... ...König Arthus und diese Ritter der Tafelrunde! Damit kommt der Kram! Das ist die Grundlage für das Ganze! Also deswegen... ...Arthus wird zu Arthas, weil... ...sein Kracker ihn abfragt oder sowas! Oder in die Richtung! Ähm... ...so... ... ... ... ... ... ... rache... ... ... ... ... ... ... ... ... ... gut gemacht der fahrt führt hier lang könnte sein dass die hier unterwegs sind die schreine schon wieder ich gehe dann dahin ich hoffe das ist erstmal ablenkung genug ab dich doch hör auf mit dem kack 7610 und bringt euren feinden den tod das ist nämlich der plan man muss direkt übernehmen jetzt haben wir hier noch den wir haben sogar noch die mauer unbeschädigt diese festung ist nicht mehr was weiter mit usern das hier weiß ich nicht dass so weit bin ich da nicht mitgekommen eine feindliche festung ist gefallen jetzt stimmt irgendwie war das hat es versucht zu töten die fahrt komplexe und alles noch zu töten zieht doch auf die f- zieht doch alle du idiot das war ganz kurz nehmt seine macht in anspruch zwölf Sekunden ja, ja, wir haben's wir haben's endlich endlich ein verdienter gibt's ja nicht endlich nach all den Spielen ein Sieg oh, wie cool und der erste Sieg seit zwei Spieltagen, muss man auch mal dazu sagen ich hab ja zwei Tage Spieltage in dem Sinn ähm Gruppe ja, es war ja eigentlich ne ganz coole Nummer hier wo sind wir hier ich suche ja, ja, danke war wirklich kein schlechtes Spiel ähm Moment ähm Trel, 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 blablabla Trel, den muss ich noch weiterentwickeln na, kann ich jetzt nicht mehr ah, was soll's da spiel ich hier ein bisschen äh hä, kann man doch nicht Ranked spielen ach, ist ja egal äh, dann spielen wir eben nicht Ranked äh, das ist ja egal muss man ja nicht immer äh so leicht ne, morgen wollte ich nochmal Spiel spielen das war's da muss man schon Pläne fürs Wochenende machen unglaublich tja äh ach, und Auto machen wollte ich auch noch na, geil äh, so erst Auto dann Skill dann mal gucken und dann ist gut der Tag auch schon wieder rum ach so ich könnte ja nochmal kurz ach nee doch nee ach was ich hatte nämlich noch eine Nachricht bekommen da wollte ich jetzt gerade nochmal lesen was ist denn da oh wähle Eintalle bereitet euch auf die Schlacht vor Sterbliche Oh Mann haben wir ja gerade voll in den Kopf gestoßen Alter Der Kampf beginnt in Oh mein Gott Oh Elemente leitet mich Fünf Vier Drei Zwei Eins Good luck Halt Äh Ach Have fun Okay Ähm Morgen Oh mein Kopf Ähm Ja Ähm Morgen das Stream wann ich anfange Gute Frage Äh Puh Ähm Für die Harde Ein Held ist Feige aus dem Kampf geflogen Ähm Wenn ich morgen anfange Oh boah Ja irgendwann so Eins Zwei rum Denk ich mal Das wird so die Zeit sein Wo ich dann auch nicht fertig bin Von daher Ja so eins Zwei rum Nach dem Mittagessen eigentlich Hatte ich das davor Elemente Ach Gott das habe ich gerade an dem Den ich ja nicht erst gedacht Scheiße Wenn man nicht aufpassen welchen Helden man gerade hat Dann will man den Multischuss von Valar mit Trell abfeuern Äh geile Scheiße Ich bin auf dem Weg Ich hoffe Oh verdammt Ähm Dass die anderen schon da sind Oder Ja die Gegner noch nicht da sind Aber meine Leute am besten Das ist die Frage Äh Ja Warte das kann ich wirklich hier anfangen Ich bin erst einmal gestorben Das ist gar nicht so schlimm Dürft mehr Gegner sehr schön Ach 26 haben wir schon Ach Trell ist doch ein Anführer bei den Äh Ein Armeen Ein Führer Oder ein Anführer Bei den Ach so Arschsteigen Lassen die mich hier alleine Ach Trell ist ein Ja Der Der Anführer der Horde Oder sowas Oder ein General Irgendwie so So Ich möchte Und Keal Chars Das war Irgend so Einer von den Bösen Auf jeden Fall Ähm Was genau Bin ich jetzt Nicht Ich hab glaube ich Bin ich So mit dem Schön Dass er jetzt Mal zu über den Horde Hütte Wunderschön Ähm Wow Wow Schön Wieder Ja Ja also Keal Chars Von den Bösen Irgendeinen Dämonenlord Whatever Sag ich doch Ging's für Der Chef der Ork Ork Armee So was War der Alter König Hätte ich jetzt nicht drauf getippt Aber Hey Könige werden oftmals Krieg zu Kriegsführern Das ist ja nicht So selten Ähm Ähm Nur Keal Chars Keine Ahnung Da ist irgendwie so ein Fürst Der Bösen Whatever Wow Scheiße So Und wieder Aufgang Ah Nova ist auch Da Geil Geil Das König der Blutelfen Ja das kommt hin Sieht ziemlich elfig aus Ich hab schon mal Ich hab auch gesagt Flügel Die flüge ich ja nicht mehr Keine Ahnung war wohl eher eine ethik frage und die sind schon oben wieder daran sagt mir das auch einer die abklingzeit dann wollen wir noch mal sehen und der rest ist irgendwie scheiße die waren ja alle schon tot dann darf ich mit trell auf ep fahren gehen dann mit wind wind zorn mit mit dem wind zorn das klappt haut auch einigermaßen hin aber sein